Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel Röipi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Street Fighter 4 Arcade Edition. Wir sind immer noch im Arcade-Modus, mit Rio, ich nehme mal die zweite Farbe, vielleicht bringt ihr mehr Glück. Und wir sind immer noch im Kampf gegen Vega, der uns zerstört irgendwie, mit seinen Rumgehüpfen und seiner Kralle und seiner Maske und was weiß ich. Aber wir schaffen es. Niemand hat ja gesagt, der Weg des Kriegers sei einfach. Oh, ja jetzt bin ich auf jeden Fall stärker. Jawohl. Jawohl, ich habe ihn noch erreicht. Das wollte ich nicht, egal. Oh nein, er hat sich darunter gedugt. Wie kriege ich meine... Wie habe ich das gemacht? Ich habe einfach hier... Ich muss mal irgendwann im Trainings-Modus hier trainieren. Oh, ho! Aua. Hiergeblieben. Oh! Oh! Verdammt, ey! Komm so! Wenn ich mal meinen Shory mir einsetzen könnte, ne? Na, jetzt! Huh! Huh! Komm her, komm her! Jawohl! Wie ein gehörter Blitz durch! Huh! Oh! Die Runde brauche ich! So! Ey! Mann! Ich wollte nochmal gucken hier. Äh... Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da... Ultra-Combo. Hm... 3-3-3-3-3. Au. Okay, das geht auf. METSU ADOKEN! MEIN GOTT! Au. Au. YUM! Kann ich auch mal machen. HUM! Au. Na warte. Ich block jetzt. Wie Ryo geguckt hat auf einmal. Das hab ich genau gesehen. Aua. Jetzt machst du nicht Shoryuken. Mann. D'oh! D'oh! Oh! Ich hab so das Gefühl, die Hälfte des Projekt wird gegen den Typen hier sein. Jawoll. Jawoll. Hu. Hu. Jawoll. Kann noch mal. Jawoll. Ah. Ah. Ich will da in die Ecke. Hörst du mal. Ey. Ey. Der wollte doch schon wieder einsetzen. So, jetzt bist du in der Ecke. Ha. Was machst du jetzt, hä? Hörst du mal. Hörst du mal. Njump. Gleich hab ich dich. Nein, gleich hab ich dich nicht. Komm schon. Und zack. Nein. Kaputt. ich guck euch das doch mal an ich will aber mit ihnen weitermachen und nicht direkt immer im charakterbildschirm wieder gehen es ist ein paar zwei aber kürzer gefühl beschreibe ich auch ein bisschen zurecht kommt man jetzt mal wievielter gegner mein dritter vierter ja ich glaube schon fünfter oder so ne danach kann es ja nicht kann es ja nur noch besser werden ja jetzt mache ich platt wer weiß kommt man sagt idiot hey ich hab dich gegrabt da ich muss mehr springen kann ich in der luft zu abfangen ja ungefähr so oder so ich werde aber besser ich meine aber auch schon street fighter 2 so übelst stark eingeflogen ging sowas verliere ich nase kratzen jawohl auch damit weil es hat schon was für eine die man nicht aber gibt es auch nicht freck freck jawohl jörg 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 astrain harder hey alle da rein jörg möchte ich mal jawohl aua komm her komm her was ich nicht hä ich wollte das die ganze zeit machen klappt doch wenn du das machst dann mache ich einfach das ja ich glaube die mal habe ich ihn wenn du das machst mache ich das erst mal da rumkreisen nix da boah bin ich froh hat der tot ist also kaputt nicht tot ich habe ihn nicht getötet so ein krieger bin ich nicht hm wenn du dich mal von deinem spiegel trennen könntest hättest du eine chance das ist ja noch eine menge punkte übrig bonus ho 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 muss gegen den schotten da kämpfen du 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 hm wolle ich dich kaputt machen aua pfff aua äh nicht ausweichen was ist denn da die boxen sie werden mich nie besiegen können ich werde der stärkere sein aua 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 sterbt das war ein trauerspiel dieses mal habt ihr gewonnen fester aber ich werde wiederkommen als ein stärkerer krieger hm hehehe boah wie bö der Mann ok yun sorai rengeki sorai rengeki was auch immer ich bin der krieger ich hau euch kaputt ja ich auch besonders wenn ich gewinne ich hoffe du kannst nicht so rumhüpfen wie aua jemand den ich jetzt nicht erwähnen möchte aua ah spinnst du aua das war gut oh nein oh ich hab ein showyuken gemacht um ihn auszuweichen ich könnte aber aufhören mich in der Ecke so zu nehmen aua nein das gibt's doch nicht nein nein bitte nicht töten bitte nicht töten jawoll was zum teufel oh oh ich muss Einspruch erheben ich hab bestimmt mehr gehabt am Ende wenn ich meine Dingens einsetzen könnte ne dann wärst du dran nur deswegen verliere ich übrigens die ganze Zeit weil ich nicht weiß wie man eine Ultra macht ey der wird immer meine Dingens ab ah nein hey ist das nicht dieser Boxer da hinten im Flugzeug ich hab geblobbt so blöd hätte ich mehr rausholen können aua nein hör auf damit bleib weg bleib weg bleib weg jawoll natürlich gewinne ich genau der Beste dir fehlt Kraft aber du bist schnell bald wirst du ein großer Krieger sein so wie ich kämpf jetzt gegen deinen Rivalen wer ist das Ken Jo Shin Ryu Ken in diesem Namen steckt übrigens auch Ryu und Ken drin aber es gibt keinen Shin es macht keinen Sinn oh hallo hey du bist früh du kennst mich let's go hua bloß nicht dass du mich besiegen kannst ich kann alle Angriffe die du auch kannst verdammt verdammt er weiß natürlich wie man das einsetzt hey die Musik kenn ich falsche Richtung verdammt oh verdammt oh god verdammt er hätte dich besser lösen können er macht das nicht neu an das hat weh hey es war gegen mich gerichtet oder ich wüsste wie man danke ich wollte nicht in die Ecke sein ho 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 jawoll jawoll ho 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 Mah! Woll... Jawoll, der hat jetzt sogar getroffen. Fuck! Njump! Woll, muss ich so was, dass ich das einsetzen will! N-n-n-verreckt doch! Jawoll! Ich brenne, aber ich hab gewonnen! Ah! Ah! Verdammter Dreck! Der Grab klappt danach immer wieder! Verdammt! Verdammt! Oh! Oh! Ey, was zum... Das war mein Chance! Oh! Oh! Ja, kommt schon! Huya! Jawoll! Ich werde besser! Vor allem nur Vega stand mir im Weg bis jetzt. Und dann kommt ihr Ken und dem mache ich Platz. Das hat Spaß gemacht, Ken. Lass uns bald wieder sparen. Letzte Stage. Ui. Seth, okay. Der Tandem-Typhoon. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen Zeit im Trainingsmodus hier sitzen. Lass mich raten, der vergewaltigt mich jetzt nach allen Regeln der Kunst. Du hast ein Ding und Yang-Zeichen. Ich bin im Bauch. Aber okay. Ey, kann ich auch lang machen? Oh, what the fuck? Irgendwas sagt mir, der macht mich fertig. Ich habe fast noch gar nichts abgezogen. Der ist voll unfair, der Angriff. Der macht mich fertig. Und die Maschine dahinten macht irgendwas. Er lenkt mich ab. Er ist nackt. Ich muss gegen ihn kämpfen. Wer denn nackt ist? Aua. Maa. Au. Au. Irgendwas hat mich... Kann das mit einem Block nicht verhindern. Au. Das abzubrechen bringt es aber laut. Au. Au. Was zum... Metsu. Hadoken. Verdammter Dreck. Oh. Das ist aber nicht die Ultra-Kombo, die ich einsetze. Sehe ich gerade. Ich habe da unten so einen Balken, wo Ultra steht. Maa. Irgendwas sagt mir, es wäre viel einfacher, wenn ich wüsste, wie das geht. Okay, versuchen wir noch einmal. In diesem Part. Wenn ich das nicht schaffe, dann mache ich einen Schnitt. Ei, 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 ei. Komm schon. Das werde ich doch wohl schaffen. Meine Ehre als Krieger steht auf dem Spiel. Okay. Irgendwas sagt mich gewinnen jetzt. Hu. 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 Okay. So, noch mal. Punch, punch, punch. Metsu Hadoken. Nur ausgewählte Kombo. Shinko Hadoken. Wie soll ich denn dreimal hintereinander? Mach dir doch. Boah, 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 boah. Ich kann auch von bei mir ein paar Doktons auf dich ballern. Au. 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 Oh, da, da, da. Nix. So geht das, ne? Jawohl. Hat's gebracht. Ja, ich hab Kf. Ja, ich hab Kf verloren. Ich hab' wieder heilen. Hu. Ja. Nein, ich wollte dich grabben. Aua. Nixer. Er macht das schon wieder. Oh. Oh. Boah, aber war schon besser. Ich zog sogar er zusammen. Ich muss eigentlich lernen, wie man abmacht. Boah. Boah. Höh. Boah. Aber ich glaub, ich mach' lieber mit dem Steuerkreuz. Irgendwie kann ich auch besser steuern. Ja, irgendwie klappt das viel besser so. Wow. Und rap. Klappt immer danach. So, einmal gewonnen, nochmal gewinnen und wir haben es geschafft. Was ist jetzt mit dir los? What the fuck? What the fuck? Wow. Oh mein Gott. Jetzt bist du vollkommen durch, ne? Man! Metsu! Hadouken! Jawoll! Hadouken! 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 Hör einfach mal so. Was war das denn? Oh! 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 Auuuch! Oh! 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 aus anderen Welten, aus anderen Leuten, okay. Dann mache ich nochmal hier einen Schnitt und im hoffentlich nächsten, letzten Part, also nicht letzten Part, aber im nächsten Part von Street Fighter werden wir den Typen auseinandernehmen. Habe ich das Gefühl, da haben wir genug Zeit, 20 Minuten wieder, also. Bis gleich!